Erzengel Gabriel Tagesbotschaften Empfangen durch Shelley Young Übersetzt von Wolfgang 11. November 2021 Die meisten Menschen erlauben sich erst dann zu empfangen, wenn sie denken, dass sie genug getan haben. Was ist genug? Wenn Ihr bemerkt habt, dass Ihr Euch immer mehr anstrengt, aber immer weniger Erfolg habt, dann liegt das daran, dass Ihr bereit seid, Euch über die alte Art und Weise, sich für den Erfolg anzustrengen, hinauszuentwickeln, hin zu der neuen Art und Weise, Eurem Sein zu erlauben, den Weg zu gehen und die Unterstützung anzunehmen, die es für Euch auf diesem Weg gibt, aus keinem anderen Grund als dem, dass Ihr von Natur aus würdig seid. Die höhere Stufe, die Ihr anstrebt, kommt dadurch zustande, dass Ihr Eurem Sein die Führung überlasst und schließlich mit absoluter Gewissheit wisst, dass das alles ist, was jemals von Euch verlangt worden ist. Von da an werden die nächsten Schritte durch die natürliche Entfaltung Eures höchsten Lebensausdrucks in Euer Bewusstsein kommen. Erzengel Gabriel durch Shelley Young Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, ich wollte erstmal eine Frage beantworten, die sogar zwei Kommentatoren gestellt haben gestern. Was sind gescheiterte Lichtarbeiter? Was ist da passiert? Im schlimmsten Fall haben sich Lichtarbeiter in den letzten Jahrzehnten umgebracht. Sie haben freiwillig diese Inkarnation verlassen. Das ist kein schöner Weg, ist auch kein sinnvoller Weg, aber zum Teil nachvollziehbar, weil es schon sehr erdrückend sein kann. Gerade wenn man denkt, man müsste aus der eigenen Kraft heraus durch sein Handeln und Tun die Welt verändern. Da merkt man relativ schnell, dass man an Grenzen stößt, weil das ist tatsächlich nicht unsere Aufgabe. Das können wir gar nicht. Und das ist genau das, worum es jetzt bei den Energien 11.11.2021 geht. Wir dürfen jetzt immer deutlicher unseren Weg erkennen und unseren wahrhaften Weg. Und der ist seltenst, ich will nichts ausschließen, tatsächlich durch das Handeln in der physischen Welt definiert. Sondern vielmehr geht es wirklich um das Sein. Und dann landen wir auch bei dem Text. Ich möchte noch hinzufügen, dass gescheiterte Lichtarbeiter auch solche sind, die immer noch in der äußeren Szene auf Veränderungen warten und nicht bereit sind, ihres dazu beizutragen. Wenn wir nicht die Veränderung selbst verkörpern, dann wird die Veränderung im Außen zwar auch stattfinden, aber nur dadurch, dass andere Lichtarbeiter diesen inneren Weg gegangen sind, diese innere Arbeit gemacht haben. Und Menschen, die immer noch gucken, was ehemalige Präsidenten der USA machen und sagen, und Menschen, die immer noch einem gewissen Buchstaben an den Lippen hängen, die haben sich oft selbst ins Abseits manövriert, weil sie denken, im Außen würde der Wandel geschehen, durch irgendwelche Lichtkräfte, die tätig sind. Und natürlich ist das nachvollziehbar, aber es ist nicht der Teil des Wandels, den wir beitragen können. Wir verändern uns selbst, wir sind der Wandel, den wir im Außen sehen wollen. Und wer das als Lichtarbeiter, als Information schon oft gehört hat, es aber nicht umsetzt, ist ein gescheiterter Lichtarbeiter. Ich hoffe natürlich, dass diese Menschen auch noch ihren Teil dazu beitragen und vielleicht in letzter Sekunde, letzter Minute, letzter Stunde, letzter Woche, letzten Monat ja, noch eine Umkehr schaffen, aber bei vielen denke ich mir, die kriegen das nicht mehr hin. Deswegen konzentriere ich mich lieber auf die Menschen, die es verstanden haben, die bereit sind, diesen Weg, diesen inneren Weg, der auch mitunter anstrengend und mühsam ist, zu gehen. Und deswegen sind wir auch so viele. Wir sind ja Millionen von Lichtarbeitern. Wenn da ein paar hunderttausend scheitern, oder vielleicht auch eine Million, weil es sind ja viele Millionen, dann ist das kein Problem. Das ist schade, ich hätte sie gerne alle mit an Bord, das ist aber nicht die Realität. Manche sind komplett verwirrt von den spirituellen Informationen und sehr überfordert. Manche haben sich zu schnell geöffnet und haben andere Energien hereingelassen und sind sehr belegt, sind sehr wütende Menschen, sehr hasserfüllte Menschen und wehren sich gegen die Elite, aber in Wirklichkeit wehren sie sich gegen etwas in sich selbst. Und so kann es auch nicht funktionieren. Da bedarf es so großer Heilung, dass diese Menschen für den Wandel auch keine große Hilfe darstellen. Das muss man leider so sagen. Das ist das, was ich reinbekomme. Das ist meine Wahrheit. Es kann auch sein, dass ich da falsch liege. Aber gestern wurde zum Beispiel auch witzigerweise durch das Channeling des Arkturianischen Rats dieser Aspekt meines gestrigen Podcasts ein wenig bestätigt. Das fand ich ganz spannend, dass sie darauf eingegangen sind. Gerade weil sie bestätigt haben, dass wir so viele sind. Und da steht es auch. Ihr braucht viele, viele Menschen, die die Energien der höheren Frequenzen erden. Und das habt ihr jetzt. Wir sind viele, viele Menschen. Es gibt aber auch aus meiner Sicht viele, die gescheitert sind bei dieser Aufgabe. Die diese Aufgabe in der Dichte einfach unterschätzt haben und sich haben in großen Teilen ablenken und manipulieren lassen. Und es ist klar, dass das passiert. Und es war auch klar, dass das passieren wird. Und es ist auch kein Vorwurf, es hätte mir auch passieren können. Ich habe halt Glück gehabt, in Anführungsstrichen. Und bei mir ist es gut gelaufen. Manche sind noch nicht mal erwacht. Manchen von unseren Sternenschwestern und Sternenbrüdern ist es noch nicht mal gelungen, aufzuwachen. Das ist auch eine Tatsache. Und auch das ist nicht schlimm. Auch da ist kein Vorwurf darin. Wir sind so viele, weil wir gewusst haben, es wird auch, in Anführungsstrichen, Kollateralschäden geben. Und die hat es gegeben. Und das ist aber auch nicht schlimm. Das hat so viel Mut und so viel Größe dazugehört, sich in diese niederen Bereiche zu inkarnieren, in diese Dichte, in diesen, ja, ich sage es jetzt mal aus menschlicher Sicht, in diesen Wahnsinn, in dieses riesengroße Chaos, dass allen der größte Respekt gebührt. Und es ist nicht schlimm, wenn es nicht so funktioniert hat, wie sich das jeder von uns vorgestellt hat. Aber die gute Nachricht, wir sind viele und viele machen einen wunderbaren Job hier auf Erden, um eben die kosmischen Energien mit der Erde zu verbinden. Gut, und natürlich wird es jetzt deutlicher und ich hoffe auch natürlich, dass noch viel mehr Lichtarbeiter zu ihrer wahren Bestimmung finden und dass auch noch viel mehr aufwachen und eben mithelfen, dass der Wandel noch mehr an Schwung und an Tempo gewinnt. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und deswegen gibt es auch die Energien. Wenn das alles von alleine gehen würde, ohne Hilfe von außen, weil das ist ja die Hilfe von außen, das Energetische, und das gibt es sicher auch im übertragenen Sinne irgendwo im physischen Bereich, ja. Aber wir können uns immer nur auf uns selbst konzentrieren. Wenn wir abwarten und gucken, was die anderen machen, dann machen wir einfach unseren Job nicht. Und das ist das, worauf wir uns konzentrieren können und sollten. Und ja, heute Abend mit WUG wird es sicher in großen Teilen auch dazu gehen, das ist zumindest meine Inspiration, dass wir auf die Zeitqualität eingehen, die eben jetzt uns den Weg noch klarer zeigt, zeigt, was unsere wirklichen Aufgaben sind. Und das kann sehr persönlich, sehr individuell sein. Ich rede hier nicht nur über das Energetische, dass wir eben hier sind, um die Kanäle zu sein für die kosmische Energie, sondern das darf dann ruhig auch genauer sein. Und wir sind ja auch im Physischen fest verankert. Wir führen ein physisches Leben hier. Und auch da gibt es Hinweise, was zu tun ist. Wir wollen ja nicht nur rumsitzen und meditieren und nur erden, sondern es ist auch Teil unserer Aufgabe, ein wirklich erfülltes Leben zu führen. Ja, ich hatte gerade eine kurze Pause. Und da habe ich reinbekommen, es gibt auch teilgescheitert. Das ist wieder so typisch für mein höheres Selbst, wenn sie es einmischt. Also, natürlich gibt es auch Menschen, die sich ablenken lassen von der äußeren Szene und dennoch einiges sehr wohl richtig machen und eben auch ein Kanal sind. Vielleicht jetzt eben nicht der Kanal, der sie sein könnten, aber dennoch gute Arbeit leisten. Das wollte die geistige Welt hier noch einfügen, weil die Betrachtungsweise sonst sehr dualistisch wäre. Es gibt wie immer Grauzonen. Ja, und wir haben ja auch eigentlich im Kopf, dass wir große Dinge leisten müssten. Wann ist es genug? Und wann dürfen wir empfangen? Wann dürfen wir denn ein glückliches Leben führen? Wann haben wir genug gelitten? Es ist halt wieder dieses Märtyrertum, das da so ein bisschen drinsteckt. Und eben dieser alte Glaubenssatz, schaffe ich, schaffe ich, Häusle baue. Also, von nichts kommt nichts. All dieser ganze Quatsch und Schmarrn. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, mein größter Fehler, als ich für Kindererziehung ungefähr zehn Jahre lang zuständig war, war, dass es mir schwer fiel, jemanden für sein Sein zu loben. Ich hatte halt gehofft, dass die Mädchen damals an irgendetwas ein Interesse finden und eine Leidenschaft finden und man das dann verstärken kann. So war die Große zum Beispiel eine sehr talentierte Leichtathletin. Aber schon nach dem ersten Wettkampf, auf dem wir auch waren, hat sie aufgehört. Hat sie keinen Bock mehr gehabt. Und das war in Ordnung. Also, da gab es keinen Druck von uns und keinen Zwang. Aber ich hätte viel mehr verstärken müssen, dass es vollkommen in Ordnung ist, unabhängig davon, was man leistet, für was man sich interessiert, was man macht, eben dieses typisch physische Handeln, man den anderen schon einfach wegen seinem Sein feiern kann. Natürlich war ich damals auch noch nicht so weiter. Das ist auch klar. Also, ich hatte das Wissen nicht. Ja, das Wissen hatte ich schon, aber die Erinnerung an das Wissen hatte ich nicht. Und deswegen habe ich da einfach auch Fehler gemacht. Ich hätte viel besser positiv verstärken können und müssen und helfen können, und dürfen diese falschen Glaubenssätze aufzulösen bei den Mädchen. In gewisser Weise habe ich es sicher gemacht, aber nicht so, wie ich es hätte wirklich tun können. Sind wir auch wieder in der Grauzone. Witzigerweise kommt auch gerade bei mir rein, dass Großeltern das oft besser können. Die lieben die Kinder einfach nur, weil es die Enkelkinder sind. Nicht dafür, dass sie tolle Sachen machen. Also, es gibt auch Ausnahmen. Aber in der Regel werden Menschen irgendwann altersweise und vor allem stellt sich in gewisser Weise so eine Altersmilde ein, dass man eben sagt, ja, das ist nicht wichtig. Ja, ich habe dich so lieb. Die sehen die Enkelkinder und sagen einfach nur, ach, das allein macht mich glücklich. Und das ist vielmehr das Annehmen der Menschen für das, was sie sind, als für das, was sie tun. Und die Eltern machen sich Sorgen und können nicht loslassen und wollen, dass die Kinder ein großartiges Leben führen und üben deswegen auch in gewisser Weise Druck aus. Aber viele Großeltern verstehen das schon besser. Die haben auch für sich in gewisser Weise damit abgeschlossen und genießen das Leben einfach mehr im Hier und Jetzt. Sehr spannend, was mir da immer so für Gedanken geschenkt werden, auf die ich nicht vorbereitet bin. Ja, und wegen all diesen äußeren Dingen kriegen wir auch zu spät Kinder. Ja, ich denke jetzt gerade eben gerade an diese Familie, in die ich eingeheiratet habe. Meine Frau hatte eben ihre Kinder schon sehr früh. Das waren dann meine Stiefkinder. Aber dadurch, dass sie sie schon so früh hatte, war sie eben mit 50 schon Oma. Das habe ich da nicht mehr mitbekommen. Und auch eben der Vater der Kinder ist mit circa 50 schon Opa geworden. Und da haben die Enkelkinder natürlich noch ganz lange etwas von diesen mehreren Generationen. Da gibt es sogar dann noch eine Urgroßmutter. Und alle wirken auf das Leben der Kinder ein. Und die haben dann nicht nur ihre Eltern. Das ist auch ein großartiger Aspekt, wenn man früh Kinder bekommt. Ja, jedenfalls stellen wir, je mehr wir uns damit beschäftigen, fest, dass es wirklich schon unfassbar wertvoll ist, dass wir hier sind. Dass wir etwas mitbringen, was sehr wertvoll ist für die Welt. Einfach nur, weil wir hier sind. Und dazu gar nichts leisten müssen. Und deswegen tatsächlich auch einfach empfangen dürfen, obwohl wir nichts Großartiges tun, nach den Kriterien der äußeren Szene. Erzengel Gabriel sagt es hier ganz prägnant, wir sind von Natur aus würdig. Und die Höherstufung, so habe ich es jetzt übersetzt, das ist ganz witzig, weil We-Up-Leveling, also Level Up, das kennt man aus der Videospiel-Szene eigentlich, die wir anstreben, kommt dadurch zustande, dass wir unserem Sein die Führung überlassen und schließlich mit absoluter Gewissheit wissen, dass das alles ist, was jemals von uns verlangt worden ist. Und das kriegen wir hin, würde ich sagen, oder? Da können wir ein bisschen loslassen, von diesem inneren Druck, irgendetwas Großartiges machen zu müssen, was unfassbar auffallend ist. Das dürfen wir wirklich loslassen, das ist nicht notwendig. Manche von uns haben diese Aufgabe und dann wirkt es so, als ob das alle machen müssten. Das ist aber so nicht. Es muss auch nicht jeder channeln können, sonst hätte jeder diese Begabung mitbekommen. Das ist ja eben, ich habe heute auch ein Gespräch deswegen gehabt, nur eine psychische Voraussetzung, um Durchsagen von der geistigen Welt empfangen zu können. Da braucht es eben ein paar Menschen auf unserem Planeten, die das können, bei denen diese Gabe freigeschaltet ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das besonders wertvolle Seelen sind. Es sind alles wertvolle Seelen, also jetzt auch wieder nicht falsch verstehen, aber häufig sind diese Channel-Medien gar nicht besonders spirituelle Menschen. Da sieht man Themen, wo man eigentlich angenommen hat, dass die schon aufgelöst sein sollten, wenn man doch diese Texte die ganze Zeit bekommt und wenn man diese Energien bekommt. Aber ohne Introspektive wird es nichts. Ohne die Innenschau haben auch diese Menschen nur einen gewissen Vorteil durch das, was durch sie durchfließt, aber irgendwann müssen sie ihr eigenes dazu tun. Und das ist eben die Innenschau. Und zwar die ehrliche Innenschau. Nicht einfach so, oh, gefällt mir ganz gut und nächstes Thema, sondern wirklich ehrlich mit sich zu sein. Und das machen nicht so viele. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben, ohne eben in diesem Problembehebungsmodus zu kommen und den inneren Kritiker nach Schatten stöbern zu lassen und dann sagen, ah, ist wie einer. Du bist nicht würdig. Nein, so ist das nicht. Das ist eben eine schwierige Aufgabe, die wir haben und es ist auch in gewisser Weise ein schwieriger, komplizierter Prozess aufzusteigen, aber vieles davon geschieht von alleine. Vieles davon, wenn wir loslassen und uns in den Fluss begeben, geschieht einfach von alleine. Da müssen wir nichts tun. So, jetzt hätte ich vielleicht noch was zu sagen, aber ich verschiebe das einfach auf die Sendung, die wir dann gleich haben. Es ist nämlich schon fast halb acht und ab acht Uhr treffe ich mich mit Wug und ich möchte ganz gerne was essen und habe auch noch Kleinigkeiten vorzubereiten. Das ist jetzt eh alles sehr knapp und insofern mache ich jetzt hier mal Schluss. Ganz unerwartet. Alles klar, ihr Lieben. Feiert euer Sein. Wisst, ihr müsst nichts tun, um hier die sozusagen Helden zu sein, sondern ihr seid das sowieso schon, weil ihr hier seid. Und lasst einfach nur zu, wer ihr wahrhaft seid. Immer mehr in diese Energie zu kommen, ist die große Aufgabe. Und das ist für manche sehr leicht und für manche etwas schwieriger. Aber es wäre für alle dran. Na gut, ihr Lieben. Dann haut rein, bleibt sauer. Bis dann. Ciao, servus. Wuhu. Jippie.